Heute Nacht werden vielleicht Wünsche wahr, denn wir können uns auf ein wahres Sternschnuppenspektakel am Sommerhimmel freuen. Einmal im Jahr kreuzt die Erde die Staubspur des Kometen 109P Swift Turtle, dessen Staubteilchen treffen mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre. Die Luftmoleküle beginnen durch die freigesetzte Energie zu leuchten und so sehen die Menschen auf der Erde Sternschnuppen. Etwa 100 dieser sogenannten Meteoren können pro Stunde beobachtet werden. Am besten ist die Sicht unter freiem Himmel in der Natur. In der Stadt stören die vielen anderen Lichtquellen. Die gute Nachricht, in diesem Jahr wird die Sicht durch den abnehmenden Mond noch einmal besser. In der zweiten Nachthälfte sind die meisten Sternschnuppen zu sehen, dann kann man sich also am meisten wünschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017